So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video zur Falchon Collection und zwar geht es jetzt um das neue Messer, das Falchon Knife und zwar möchte ich das jetzt hier mal vorstellen. Hier gibt es Urban Masked und Stained, sehen beide ja wie gewohnt halt aus. Generell das Messer Design gefällt mir jetzt generell nicht so, wie auch schon das Klappmesser ist nicht so mein Fall einfach, aber ihr könnt natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auf so Klappmesser steht oder was ihr generell von den neuen Skins und Messern haltet. Ich mache jetzt einfach mal weiter, Slaughter sieht natürlich definitiv fett aus, je nach Pattern wird das natürlich auch vom Preis her wahrscheinlich extrem hoch werden. Das Slaughter gefällt mir jetzt irgendwie überhaupt nicht, weiß ich nicht, genau wie das Safari Mesh, das werden halt wahrscheinlich wieder die günstigen Knives werden. Knight ist ganz cool, muss aber auch gefallen, VSD, DBAT, ja ist jetzt okay, auf jeden Fall so Mittelklasse, Fade ist extrem gut, muss ich sagen, gefällt mir sogar das Klappmesser so mit dem Griff und mit der Klinge vorne extrem gut, Fake gefallen mir eigentlich die meisten Messer, sogar Butterfly und Klappmesser. Ja, das Crimson Web finde ich ganz cool, also an sich die Strukturierung groß, ich finde der Griff sollte vielleicht eine andere Strukturierung haben, dass das jetzt so komplett ist, das ist Geschmackssache, dem einen oder anderen gefällt es mit Sicherheit extrem gut, aber ja, mir jetzt in dem Fall nicht ganz so gut. Case Hardenet finde ich extrem cool, hier finde ich zum Beispiel auch wieder das passend, dass der Rest auch voll ist mit dem Case Hardenet quasi, aber hier gefällt es mir nicht ganz so gut. Borel Forest, ja Borel Forest halt, Blue Steel sieht mit Sicherheit in-game richtig fett aus und würde ich gerne in-game sehen und ja, wer weiß, was wir heute noch ziehen und hier, ja Vanilla halt, ist ganz okay, ja ist nicht so der Hammer, aber bin mal gespannt, wie sich die Preise generell entwickeln. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, schaut auch gerne auf meinen Twitch-Kanal rein, twitch.tv-hangemao.lp, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wir werden heute auf jeden Fall noch ein paar Missions starten von Operation Bloodhound und mal sehen, was wir so alles kriegen und wie gesagt, heute Nachmittag das Case Opening noch, das werden wir dann denke ich mal auch im Livestream machen, ca. 20 Kisten öffnen oder so, mal sehen, wie viel es werden, sind halt extrem teuer noch. Jo, ansonsten gebt einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, was ihr von den neuen Lives haltet und schreibt gerne auch in die Kommentare, was ihr noch wissen wollt oder was ihr noch sehen wollt und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschau. Das Messer so mit dem Griff und der Klinge vorne extrem gut. Fake, gefallen mir eigentlich die meisten Messer. Sogar Butterfly und Clubmesser. Ja, das Crimson Web finde ich ganz cool, also an sich die Strukturierung post. Ich finde, der Griff sollte vielleicht eine andere Strukturierung haben, dass das jetzt so komplett ist. Das ist Geschmackssache. Dem einen oder anderen gefällt es mit Sicherheit extrem gut, aber ja, mir jetzt in dem Fall nicht ganz so gut. Das Sorged gefällt mir jetzt irgendwie überhaupt nicht. Weiß ich nicht. Genau wie das Safari Mesh. Das werden halt wahrscheinlich wieder die günstigen Knives werden. Knight ist ganz cool. Muss aber auch gefallen. VSD, DBAT. Ja, ist jetzt okay. Auf jeden Fall so Mittelklasse. Fade ist extrem gut, muss ich sagen. Gefällt mir sogar, dass das klappt. Case Hardenet finde ich extrem cool. Hier finde ich zum Beispiel auch wieder das passend, dass der Rest auch voll ist mit dem Case Hardenet quasi. Aber hier gefällt es mir nicht ganz so gut. Boral Forest. Ja, Boral Forest halt. Blue Steel sieht mit Sicherheit in-game richtig fett aus. Und würde ich gern in-game sehen. Und ja, wer weiß, was wir heute noch ziehen. So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video zur Falkon Collection. Und zwar geht es jetzt um das neue Messer, das Falkon Knife. Und zwar möchte ich das jetzt hier mal vorstellen. Hier gibt es Urban Masked und Stained. Sehen beide, ja, wie gewohnt halt aus. Generell das Messerdesign gefällt mir jetzt generell nicht so. Wie auch schon das Klappmesser ist nicht so mein Fall einfach. Aber ihr könnt natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auf so Klappmesser steht oder was ihr generell von den neuen Skins und Messern haltet. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Slaughter sieht natürlich definitiv fett aus. Je nach Pattern wird es natürlich auch vom Preis her wahrscheinlich extrem hoch werden.